Ja, liebe Leute, das ist nur ganz kurz eine Info, weil mehrere schon gefragt haben, was jetzt eigentlich mit mir los ist. Also, es ist derzeit so, und das ist auch der Grund, weshalb jetzt übers Wochenende und die Videos einfach keine Videos kamen, ähm, es ist so, es hat mir irgendwie am Wochenende einen Infekt so am Auge eingefangen, also mein Rest des Auge ist sehr stark angeswollen, ich kann da kaum irgendwie was gesagt sehen, und so weiter und so fort, also ist nix so wirklich schönes, ähm, ich hab dann auch mal die ganze Woche krank geschrieben, und ja, das, deshalb dementsprechend, ähm, ja, war es da auch mit meinem Arzt und so weiter, und das will jetzt ab, und das dauert aber noch ein bisschen, bis es wieder passt, und dann will ich es einfach nicht streamen, weil ich sehe halt aus wie, keine Ahnung, total crazy aus jedem Fall, ähm, und, ja, für mich ist aber, er ist auch nicht so krass fit, deshalb wird jetzt die Woche überhaupt keine Videos kommen, aber ich denke mal, dass es das bis zum Wochenende legen sollte, dass es definitiv Montag, 8. Oktober, ähm, spätestens wieder durchstarten kann, mit, ähm, ja, neuen Stuff, also, quasi, dann geht's dann so los mit anderen Netzplays, ähm, schließlich steht ja mal Party an, was irgendwann auch in der nächsten Woche starten sollte, und auch die alten Netzplays gehen da weiter, also denke mal, ab dem 8. Oktober geht's weiter, und, ja, das war's eben, das Info, weil ich hab jetzt die letzten paar Tage und die Woche über keine Videos kommen, liegt daran, dass ich einfach derzeit, äh, krank bin und den Füchsten am Auge hab, und sobald das wieder vorbei ist, stream ich's weiter. Das war's auch mit dem Video, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal, und ciao! Das war's auch mit dem Video, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal, und ciao!